so sind wir wieder und ja wir legen direkt weiter weiter los hier müssen auf die karte haben wir jetzt schon wieder mehrere sachen xp-punkte xp-punkte was gibt mir hier ja wir gehen zu mindern geben wir wenigstens noch ein bisschen geld und wir brauchen nicht so viel benzin das mal sind wir gar nicht alleine da lot of saddies here don't even try to fire weapons or throw grenades this requires a silent approach what's your plan take this bat go get those rockets and blow up the entrance to the mines it'll help the woodlands from the zombie attacks sounds good will you cover me sure i will cover you from the car okay wir sollten mit dem baseball stecker alles klar nehmen wir jeden tag mit so wo ist das ziel ich muss das nicht nehmen schade auf Alles klar Da sind es noch immer Wir sind hier eigentlich mit einem Baseballschläger Aber ich bin kein Freund für Baseballschläger Das sieht sehr nice aus Okay, das war es hoffentlich jetzt Laufen zurück zum Auto Ja, gut, machen wir Wir haben so viele Raketen, aber egal Oh, falsche Taster So Das war es dann schon Okay So hast du mir nicht geholfen Ja, wir gehen zur Stadt zurück Danke So, äh, hier Da Danke So Jetzt haben wir noch Was haben wir denn Wo bist du denn? Verteidigen Okay Kombi jagen Alles klar Brauchen wir jetzt aber noch mit Also sehen, das sind Bands oder was? Okay, dann machen wir das direkt mal Die 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 nicht abgeschlossen Die Die verteidigen Ja Machen wir das mal Kommen wir Da Kommen wir übrigens noch ein bisschen Erfahrungspunkte So, wo Wo kommst du denn? Da kommst du Okay Munizung kriege ich genug ! Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt hier bin. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen muss. Dritte Welle. 31, okay. Kommt hier auch schon. Da laht doch mal schon danach. So, abgeschlossen. Oh, kam auch sogar zu dem verloren. Das ist nicht sehr schön. So, wir gehen zu ihm. Holen uns das Zeug ab. Danke. Oh, wir haben Händler. Wir haben bestimmt auch für jede Menge Schrott. Wir haben jede Menge Bücher. Das ist ja auch gut. Ne, das kann man kaufen. Schrott. Ich bin da, mein ne. Das kann man auch verkaufen. So. Alles klar. Wir gehen. Ich brauche den Hucksack. Nun was essen. So, wir haben aber noch ein Baby. So. Wir kaufen. Danke. So. Jetzt geht unser Leben auch mal was hoch. So. Was haben wir denn hier noch? Danke. Danke. So. Na gut. Dann pressen wir mal was. Ich ahne, dass es hier keine Taste gibt, dass man... So. 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 Okay. Dann... Ja, wenn nicht mehr viel Dings. Aber ich will das noch ein bisschen ersparen. Was haben wir denn hier? Nix. Das ist ja viel. Kann ich noch was kriegen. Wir gehen hier zum Skistand. Das müssen wir machen. Das müssen wir machen. Alles klar. Okay. Alles hier. Okay. Alles hier. Okay. ok dann gehen wir mal rein nachladen ok das wird jeden Fall nicht schlecht ok ah man oh was müssen wir nicht machen da hecken alles klar nachladen jetzt klappt es auf einmal komisch naja hallo ok ok kann ich es auch finden hier oder was was ist wie ist es wie ist es wie ist es Was ist mir hier raus wieder? Scheissgöter! Warum die denn da da? Ich habe doch alle gedrückt! Komisch, ich habe doch alle getötet gehabt. Na ja, egal. So, Mission abgeschlossen. So, da kann man ja schon wieder zurück. So, dann gehen wir auch zurück. So, wir müssen zur Kurang. Danke. Okay. Okay, schon mal hier, wenn ich mir was angezeigt habe. Achso, ich habe wieder jede Menge Spaß. So. Wo sind wir denn? Jetzt haben wir hier nichts mehr oder was? Ja, also die müssen... Von wem sind denn jetzt hier noch die Mission? Von wem? Von der Truller. 2,7. 3,7. Ja, dann machen wir es einfacher. Rund uns einmal das Gratis Benzin. So. Und ab Marsch. Dann gehen wir erstmal hier unten. Auf die Fabrik. So, da sind wir dann hier so. Wir können auch ein bisschen laufen. Da hinten sind die Zombies. Da sind auch welche. Okay, alles klar. Wir gucken uns noch. Dann kommen wir da raps, runter. Das ist doch das Problem hier, na? So. So, was haben wir denn hier raus, Junge? Alles klar. In dem Tanker. Alles klar. Da wird Zombies. Ich mach euch alle. So, wir müssen hier hin. Ich würde da rein, glaube ich. So. Was haben wir das? Hallo. Ja, das ist eine Nachfrage. Können wir noch was schneller gehen. So. Oh. Das ist noch besser. Oh, was da? Was kommt ihr denn her? Ich würde das Erfahrungsmögliche kriegen würde. So, wir müssen hier hin. Was haben wir denn da hinten? Wir machen den Anladen. So. Und abgeschlossen. Alles klar. Dann gehen wir zur Stadt zurück. So, bitteschön. Haben wir erledigt. Perfekt. Nein, bloß heilen. Ach, die hat noch was. Was hat die denn da für was? Oh, da kriege ich was. Jetzt hab ich ganz drauf geachtet. Jetzt, alles klar. Dann ist auch wieder Fabrik. Ein Hemd. Nur dann hier hinten. Ach komm. Ich nehme mal die Erfahrungspunkte mit. Dann sind wir mich auch gleich wieder ein Level ab. So, was wollen wir denn hier machen? Außer Zombies töten. Ah, ah. Oh, Scheiße. Ach du Scheiße. Der war für's ja mord. Wenn ich auch mal hole. Ach du Scheiße. Du war. Wauaah. Der zieht ja mal extra weg. Du war. Der zieht ja mal extra weg. Der zieht ja mal extra weg. Oh, nein. die verzieht ja mal extrem sowas müssen gut das war es schon wie soll es denn nicht alle zombies töten ich wüsste so wieder mal läuft dabei hey machen wir die erstmal ein bisschen glatt hier ich brauche hier was ich glaube das war es dann auch oder so haben wir auch erledigt und dann gehen wir auch zurück abgeschossen 10 schlusschen aber toll alles klar kann gehen so sind wir dann noch dazu gekriegt 6 Fähigkeitspunkte brauchen wir sowieso dann mach mal auch 25 dann mach mal auch 25 so ja gut alles klar hat sich dann auch alles erledigt so aber dann ist hier die Folge auch schon wieder vorbei und ich würde sagen bis dann Ciao 2 3 4 5 los ganz